Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich begrüße die beiden Trainer Christian Titz und Michael Schiele hier bei mir auf dem Podium, sowie unsere Gäste in den Business-Bereichen. Herr Titz, Glückwunsch an Sie und Ihre Mannschaft und dann darf ich Sie direkt um Ihren Kommentar zum Spiel bitten. Tja, war ein Spiel, was wir so in der ersten und zweiten Halbzeit auch ein Stück weg geglaubt haben, es könnte so kommen. Erster Halbzeit haben wir eine gute Spielkontrolle gehabt, waren sehr geduldig, waren vor allen Dingen in der Kontrabsicherung sehr gut drin, haben immer nach Ballverlusten auch den Gegner direkt ins Gegenpressing verwickelt. Das sieht man auch jetzt noch in der Endenu, das haben wir jetzt wirklich seit Wochen, das war eine enorm hohe Zweikampfzahlgewinn, was wichtig war. Kommen raus, wussten, dass wir selbst sehr schnell umstellen mussten, weil wir zwei, drei Spiele in den Reihen hatten, wo klar war, das geht heute nicht über die Spielzeit. Und uns war auch bewusst, das zeigt auch Eintracht Braunschweig mit seiner Wucht in vielen Spielen, wenn sie dann die Bälle vorne lang reinschlagen und dann mit ihren Kopfballstarken Spielern da sind, ablegen, dann musst du immer aufpassen. Aber das finde ich, haben wir heute sehr gut verteidigt mit Jamie Lawrence und Daniel Heber und Daniel Vatley haben wir viel in der Luft weggeholt. Musstest immer aufpassen, dass man keinen Ball durchgeht. Trotzdem hatten wir aber auch in der zweiten Halbzeit einmal Glück, wo Braunschweig eine gute Chance hatte, aber wir selbst hatten nochmal drei weitere gute Möglichkeiten, wo wir auch noch ein Tor erziehen konnten. Deswegen glaube ich, dass wir heute das Spiel für uns verdient auf die Seite gezogen haben. Ich wünsche meinem Kollegen und dem vor allem wirklich für die weiteren Spieler alles, alles Gute. Vielen Dank, Michael, dann hast du das Wort, bitte. Christian von meiner Seite auch Glückwünsche für dich und dein Klub oder deine Mannschaft. Ja, wir mussten viel, viel arbeiten in der ersten Halbzeit. Der Gegner natürlich super im Ballbesitz gewesen, viele Positionswechsel, der Torwart immer hoch rein, es ist schwer, läufst du an, kriegst du vielleicht hinten auch. Wollen sie dich ja auch rauslocken und dann gehen hinten die Räume aus. Ich glaube, da waren wir nicht so mutig, dann auch nach vorne schieben, dass wir Muldtaube ein bisschen höher schieben wollten. Das hat nicht so auf der rechten Seite, das hat nicht so funktioniert, was in der zweiten Halbzeit dann anders war. Aber das Torwart natürlich, wussten wir auch, dass da viele Haken, viele Innendribblings dann auch vom Gegner stattfinden, wo sie dann reinschieben. Quarteng und ja, in der zweiten Halbzeit sind wir, glaube ich, schon auch, oder in der ersten Halbzeit muss ich noch dazu sagen, wir hatten schon auch unsere Ballgewinne auch. Aber es war so leider Top-Gegenpressing vom Gegner. Wir sind dann in den Dribblings gegangen, wo wir dann wieder die Bälle verloren hatten. Aber so der Pass ist dann nicht gekommen oder dann falsch mal eher nochmal eine Steig-Klatsch-Option vielleicht zu bieten, anstatt gleich in die Tiefe. In der zweiten Halbzeit haben wir schon Druck gemacht auch, haben wir auch die Chancen gehabt. Ich glaube, Uccia sogar zweimal einmal auf der Linie eingeredet, einmal Torwart angeschossen, wenn es Anthony auch war. Dann kam leider so ein blöder Pass ins Mittelfeld rein, der unnötig war. Und dann hat sich, ja, Ito ist super Tor natürlich, in Winkereien, wo man, wo du so nicht halten kannst, wo du dann auch nicht schwer zu verteidigen ist mit dem Innenhaken wieder. Aber trotzdem haben wir weitergemacht, haben auch nochmal Energie reingebracht ins Spiel mit den Wechseln, haben wir das Tor dann auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch verdientermaßen den Anschluss gemacht, aber nicht mehr eins drauflegen können, weil der Gegner auch noch einige Chancen gehabt hat, zwei, drei hochkarätige und am Ende ein verdienter Sieg auch für Magdeburg. Was uns natürlich, ja, ist natürlich sehr, sehr schade und wir wollten auch punkten und schade, dass es letztendlich dann nicht zu einem Punkt dann vielleicht auch gereicht hat. Danke euch auch, alles Gute und jo. Gibt es, vielen Dank, gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Leo Hartmann von der Braunschweiger Zeitung Mikros unterwegs. Warum ist es euch diesmal vor allem nach dem 1-2 nicht so richtig gelungen, noch so permanenten Druck aufzubauen? Also das hattet ihr in den Heimspielen vorher schon immer mal geschafft, auch größere Phasen und jetzt heute aber gar nicht so sehr. Woran lag das? Ja, ich glaube, waren wir auch ein bisschen unruhiger, haben wir viel zu oft lang gespielt, sind wir nicht mehr so über unsere Seiten gekommen, auch über vielleicht unsere rechte Seite auch, haben die Bälle zu spät reingebracht. Wir haben auch in der ersten Halbzeit gesehen, wenn wir dann die Bälle reinbringen oder so wie es auch beim Tor dann war, wenn wir die Bälle in die Box kontrollierter reinbekommen, dann war es auch, ist auch gefährlich worden. Oder nach dem Einwurf mal, wo leider der Ball dann, weiß ich gar nicht, wo er durch den Sechzern ist, Kaufmann ist nochmal durch, wo er im Rückraum spielt, muss er eigentlich nur hinter die Kette spielen oder so quer spielen. Dann ist Uccia wieder am langen Pfosten und die Entscheidungen waren nicht so gut. Wir hatten ja auch drei gegen zwei Situationen in der zweiten Halbzeit, wo Ferrai dann nicht die richtige Entscheidung oder die falsche Entscheidung trifft, in den Mann rein spielt, einmal den Ball verliert. Und der Gegner hat dann auch viel, viel mit, wir haben mehr Fouls, hätte ich gerne gedacht, aber auch viele, viele gute Fouls für sich gemacht, wo wir dann auch schon weg waren. Und vielleicht sind wir wegen dem nicht mehr reingekommen. So. Oder den Druck entfachen können. Dann hat sich die Kollegin von der Bild-Zeitung gemeldet, hinten in der letzten Reihe. Herr Tietz, wie geht es denn den Tatsuya Ito? Wir wollten mit ihm sprechen, da hieß es, er hat Kopfschmerzen und kann jetzt nicht mit uns sprechen. Haben Sie irgendwie Bedenken, dass jetzt noch mehr Spieler ausfallen? Quateng und Brünker mussten ja auch angeschlagen ausgewechselt werden. Bei Tatsu war es, der hat einen Schlag an die Schläfer am Auge bekommen und das ging kurz zu und ihm war es dann auch gerade schlecht. Dabei sieht es schon wieder deutlich besser aus, als nachdem er jetzt unten war. Und bei Kai ist es ganz normal, da fehlt einfach diese absolute Fitness, da wissen wir, da brauchen wir noch einige Wochen. Und bei Momova ist das immer momentan so, dass wir, wie er zurückgekommen ist, was wir wissen, das kann immer mal wieder zugehen. Es ist auch passiert, dass bei ihm wieder zugegangen ist, aber der wird jetzt behandelt, die Tage, und dann sind wir guter Dinge, dass wir das bis zum Heimspieler hinbekommen. Ja, guten Abend, Herr Dietz, Glückwunsch zum Sieg. Tatsuya Ito war eine Minute auf dem Platz, hat dann getroffen und man fragt sich dann immer von außen, was machen Sie mit dem Jungen, dass der reinkommt und sofort funktioniert? Also das macht übrigens er, mit seiner Qualität, ich habe das ja schon mal betont, wir haben natürlich eine sehr ausübliche Beziehung über einen langen Zeitraum, dass du einen Spieler hast, Tatsuya ist bei uns kein Einwechselspieler, Tatsuya ist bei uns ein Stammspieler. Und Tatsuya ist ein Unterschiedsspieler, wenn du ihn reinbringst gegen einen Gegner, der schon 45, 50 Minuten sprinten gemusst hat, und dann kommt dieser schnelle, kleine, wendige Spieler mit seinen Haken, der über die komplette Dauer immer wieder diese Aktion spielen kann. Und deswegen freut es mich umso mehr, weil er sich in der Saison auch belohnt, mit Toren und mit Vorlagen. Und das war natürlich auch ein Stück Glück, dass der so gut reingeht, aber wenn wir Tatsuya im Training gesehen haben, weil das trainiert er wirklich ganz konzentriert und ganz konsequent, war es jetzt kein Zufall, dass er in die lange Ecke schießt. Also es freut mich für ihn und auch für unser Team, dass wir den Spieler in uns in Reihen haben, der uns dann so hilft auch. Ihr Trainerkollege wurde vor dem Spiel mit dem Restprogramm von Braunschweig konfrontiert. Sie schauen natürlich immer von Spiel zu Spiel, das ist klar. Aber wie sehen Sie jetzt die letzten Wochen für den FCM? Jetzt kommt der große HSV, dann geht es auch noch gegen Heidenheim, Darmstadt. Das sind noch sehr interessante Wochen jetzt für den FCM, oder? Sie wissen ja wirklich, dass ich nicht ganz so weit schauen will, aber ich kann Ihnen sagen, dass es Spiele sind, auf die wir uns freuen. Spiele, wo wir gegen Mannschaften kommen, die auch gewinnen müssen, die auch ihrerseits mit dem Ball versuchen wollen, Spiele Akzente zu setzen. Deswegen werden es interessante Spiele, weil es für uns auch ganz andere Räume gibt. Aber jetzt zunächst beim Heimspiel, das wird eine Partie überwiesen. Wir kommen auf eine sehr spielstarke Mannschaft und da freuen wir uns drauf. Wir schauen nochmal in die Runde. Gibt es weitere Fragen an die beiden Trainer? Das scheint nicht mehr der Fall zu sein, denn unseren Gästen einen guten und sicheren Heimweg und Ihnen allen ein schönes Wochenende.